... Раздадахме едни материали. България имаше долгур с Газпра. Българгаз. Това го имате и на картинката. И Българгаз за месец Юли, защото всеки месец сменя цената, трябваше да купува по от Газпром, газ по 86 евро. Нали така? Само, че не купува от Газпром по 86 евро. Какво се случва? Купува от една компания, която се казва VIE, т.е. Винтерсхал, Румъния. А тази компания Винтерсхал, Румъния, е собственост на Газпром, Швейцария. Т.е. Газпром, Швейцария е 100% собственик, 100% собственик на Газпром, Швейцария. А Газпром, Швейцария е 100% собственик на VIE, Румъния. България купува от VIE, Румъния, за юли месец. До последния ден на кабинета на промяната. До последния ден. И забележете. Ето тук е Българгаз. Българгаз купува от тази въпросната фирма на 110 евро. Имате дадени две фактури. Едната е за 108, другата е за 111, като претеглите количествата, средната цена се получава 110 евро. И какво се получава? Тие 110 евро от Българгаз отиват в румънския газпром, от румънския газпром отиват в швейцарския газпром, от швейцарския същите 110 евро, отиват от румънския газпром в швейцарския газпром. От швейцарския газпром, според нас, и за това сме пуснали сигнал в МВР и в ДАНС, отиват в част от тях, отиват в едни офшорки. in offshorken. Wir werden wir in offshorken. Wir werden wir in offshorken. Wie geht es dort? Ich weiß nicht. Das ist auch in Ihren Schema. Aber aus Gazprom, in der Schweiz, werden wir wahrscheinlich nicht mehr in offshorken. Warum? Weil es so ist. Es gibt nichts anderes. Warum? In der Schweiz kommt aus Gazprom direkt auf 86 Euro. Sie kommt aus Gazprom auf 110 Euro. Es gibt nichts anderes. Wenn die zwischen 110 Euro und der Auslösung von Gazprom, von Runden auszweigern auszweigern, die in Schweden, auszweigern, werden wir wahrscheinlich ein paar von auszweigern. Wie passiert es nachher? Gazprom получi von Gazprom Schweizaria 110€ minus komisionna für Offshore. Wer ist die ganze Schema? Das ist die Horizontalna struktura von Gazprom. Alle diese Unternehmen sind auf Gazprom. Das ist die Firma Majka, mit der wir haben direktes Dollar auf 86€, aber sie sind nicht auf die Firma Majka. Sie sehen, dass sie von Gazprom, die auf das Unternehmen sind, aber alle diese Unternehmen sind, dass sie auf Gazprom sind. Wer ist das? Wahrscheinlich sind die Frage, in Offshore-innen, in die Aufshore-innen. Das ist nicht so. Wir wissen, dass sie auf Dants sind, auf Meverer sind. Ich sage mal noch etwas dazu. Wir wissen, dass sie Gazprom sind. Weil wenn man so ein Schema macht, dann sollte man einen plus zu zweit. Wenn Gasprom nicht zähmete 86% zähmete, wahrscheinlich zähmete viel. Denn warum werden sie sich in so eine schwierige Schema, wenn man keine Cari Gasprom hat? Wer ist das Gefühl? Das ist das Problem. Wer ist das Problem? Das ist das Problem. Wie ist das Problem? 28%. 28% ist zwischen 110€ und 86€. Wahrscheinlich haben sie in der Studierenden, dass sie auf die Frage sind. Und sie haben sie zu grüchen. Nicht nur, dass sie auf Gasprom sind. Das ist aus Gasprom. Das ist aus Gasprom. Das ist nur, dass sie nicht auf 86€ für Juli sind, sondern auf 110€. Das ist das, dass sie auf Gasprom hat. Das ist eine Frage. Sie haben Geld von Gasprom zu zu tun. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Sie sagen, dass sie nicht wie eine Verbindung zwischen dem GERB und dem Kabinett haben. Das heißt, dass sie nicht so viele Kabinett haben. Aber ich sage, dass sie eine große Verbindung zwischen dem Demokratischen Bulgarien und dem Kabinett haben. Und warum? Sie wissen, warum? Denn Demokratische Bulgarien hat Geld aus Gazprom gekauft. Sie hat nicht mehr zu kaufen. Sie hat Geld. Die Faktoren sind vor euch. Sie sehen. Sie sehen. Sie sehen. Sie sehen. Sie sehen. Sie sehen. Die Faktoren sind vor euch. Sie sehen. Sie sehen. Und bei said真的 ababa činn. Sie kam ein Jul興 bis 31 Jul. Oder so. Sie hat 20 Jul Taunch bis 31 Jul Jail durch. Sie sind von einer Julольз 2021, seit Jahrzehnten quoting. Thousand 21 Jul terifa Tagen schuled they haben bisux von Gazprom�, aus der Gasprom� 여러iyor von GazpromAS veszessionalen Preis. Sie sehen. Das ist, dass wir die die off-shorten sind. Das ist, dass wir nicht mehr so machen können. Das kann nicht aus sein, das kann nicht aus sein, das kann nicht aus sein, dass man nicht mehr kann. Das ist so skandalig, dass es nicht einfach aus eines der Erwartung, nicht aus der Erwartung, die TK-Tag.